Yo Leute, wie geht's euch? Ich bin's, euer Leon. Ich möchte einmal erwähnen, dass ich übelste Internetsprobleme habe. Internet! Ich kann kein CSGO spielen. Und das heißt auch, ich kann das nicht aufnehmen. Und das heißt auch, dass heute wieder keine Folge kommt. Also bitte entschuldigt dies. Und ich kann da jetzt erstmal nichts gegen machen. Aber trotzdem, vielen Dank für euer Verständnis und ciao, euer Leon.